Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Heute Sphinx machen. Habe ich auch nicht gemacht. Mache ich heute mit Hilfe der Shads. Der leitet mich da ein bisschen durch. Startpunkt ist Ruhestadt. Und von dort aus aufs Schlachtfeld, äh, alte Schlachtfeld, erlaube ich einmal hin. Und dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Und dann hoch in die Burg. Okay, und dann hoch in die Burg. Da war ich tatsächlich auch schon. Äh, krass. Okay, das heißt, einmal von Ruhestadt hoch und dann rein in die Burg. Oben auf der Burg war ja mal ein Troll, wo ich ja auch diese krasse Waffe und den Helm bekommen habe. Ich habe hier, glaube ich, auch schon mal eine Abkürzung aufgemacht. Ah, oder? Habe ich es aufgemacht oder habe ich es nicht aufgemacht? Da, ich meine, ich habe es aufgemacht. Ha, aufgemacht. Also die Leute, die das auf YouTube sehen, ihr müsst natürlich den Weg außen rum gehen. Der Lou hat schon mal vorgearbeitet, weil ich wusste, irgendwann nehme ich hier ein Video auf, dann habe ich schon mal schlauerweise vorgearbeitet. Und wie gesagt, hier oben ist ein Oger, der bewacht, nee, der gibt entweder eine Waffe oder... eine Waffe. Eine Waffe oder einen Helm. Und hinter ihm ist eine Truhe, die dann das Gegenstück, Helm oder Waffe gibt. Bin mir nicht mehr sicher. Genau da auf der rechten Seite. Okay, wenn wir ganz nach oben gestiegen sind, einmal hier an der... Äh, ich zeige es nochmal gerade. Für das Video. Also hier die Treppe hoch. Und dann hier hinter der Mauer ist eine Höhle, da wollen wir rein. Ihr sagt Bescheid wegen Zielkristall, ne? Oder kann ich es auch immer noch machen, ne? Obwohl ich den Weg jetzt nicht so schlimm fand. Ganz oben Kristall setzen, okay. Noch ein lebensmüder Abenteurer, der mir nach dem Leben trachtet. Nee, ich bin ein Freund. Viele haben es versucht, alle sind sie gescheitert. An eurer Stelle würde ich mir solche törichtige Ideen aus dem Kopf schlagen. Doch vielleicht habt ihr stattdessen Interesse an einem Wettstreit des Geistes. Sollten mich eure Antworten zufriedenstellen, werde ich euch den Inhalt jener Truhe schenken. Habe ich eure Aufmerksamkeit geweckt? Nehmt euren Platz ein und lasst uns beginnen. Ja klar, let's go. Wo soll ich mich hin platzieren? So, hier den Zielkristall hinsetzen, Leute. Wichtig. Benutzen. Damit wir den Weg nicht nochmal laschen müssen. Ich hab Bock. Das wird witzig. Oh, guck mal, das sind richtig viele Truhen. Okay. Boah, das ist sogar ein Riesenchest. Boah, wehe, da gibt es nicht die heftigsten Sachen. Okay, es geht jetzt los, ja? Sie will deine Intelligenz testen. Hau ihr eine rein und töte sie. Kann man sie töten? Okay, Abfahrt. Der Narr sieht einen Weisern im Spiegel. Der weiß einen Narren. Ich frage mich, wen ihr wohl seht. Such dir eins aus. Okay, rätsel der Augen. Das ist ja sogar auf Reim. Von größtem Wertes. Du hast das Rätsel der Augen angehört, okay? So, da ist der Ausgang. Also, Anfangstüre links drüber. Anfangstüre links drüber? Ich bin... Was heißt Anfangstüre links drüber? Hey, ich dachte, wir lassen hier einen irren Junge zurück. Über der Tür, wo du reingekommen bist. Ah, da, okay. Okay, das ist das Rätsel. Alter, wie kommen wir denn darauf? Wisst ihr, wie lange ich durch diese Höhle gelaufen wäre? Wenn ich das gesehen hätte. Ich hätte es nicht gesehen. Bin ich early. Das sieht niemand. Okay. Das ist einfach direkt da oben. Okay, entschuldige. Direkt bei der Tür am Anfang hier hoch. Das ist ja easy. Ja, das ist doch easy, Leute. Das ist ja zu einfach. Siegelfiole. Das ist es, oder? Jetzt zurück zu Swings, ja? Also ich muss sagen, Swingsy, das war echt ein einfaches Rätsel. Ich hoffe, das nächste wird ein bisschen schwieriger. Das war zu einfach. Hast du auch noch was Schwierigeres auf Lager? Äh. Lol, man kann auch einen Apfel geben. Siegelfiole. Liefern. Abfahrt. Oh, wieso kommst du da? Alter, die ist ja voll... Das ist übel geil gemacht. Übel gut synchronisiert auch, ne? Nehmt ihn aus der Truhe dort. Nehmt auch diese Fülle ihren Zweck. Werde ich dich verraten. Wie ihr sie nutzt, liegt an euch. Alter, ihre Möpse wackeln. Okay, nächstes Rittel. Eh nur Müll. Okay. Nächstes Rätsel. Hallo. Bin wieder da. Ja, komm. Wahnsinn. Was? Ich sollte ihr ja das bringen, was ich am meisten mag. Bring deinen Vasal noch zu Podest und red mit dir. Okay. Okay. Ja, 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 hab ich. Ich hab meinen Vasalen hergebracht. Antworten. Ja. Ist es. Jetzt guckt die wieder so irre. Ja, ist es. Alter, das ist voll creepy, aber auch... Ich fühl's auch. Was passiert denn, wenn's falsch ist? Das wird mich übel interessieren. Nicht halb schlecht. Yet only one you bring. I thought you capable of m- A promise made. A promise kept. Truly? Ey, echt cool. Äh, Weisheit. Klar, Weisheit. Das älter kennt das Kind, doch umgekehrt ist nichts der Fall. Dem Kinde unbekannt sein Eltern. Ihr, ihr, ihr Eltern? Okay, hier ist Riftschlein der Kameradschaft. Da soll ich hin. Okay. Äh, Riftschlein der Kameradschaft. Ist der hier drin? Ah ja, guck mal, hier ist er doch. Untersuchen. Riftschlein der Kameradschaft. Adonis. Swings. Vater. Errichte in der Gegend, wer ein Rot, edles Dörrfleisch. Capcom. Erweckter ist Capcom. Also ich nimm den mal, ne? Okay, komm mal mit. Den setzen wir jetzt da hin, ne? Right? Nimm ich mal an. Und dann quatschen wir wieder mit ihr. Hallöchen. Ja, Räte der Weisheit. Elternteil. Antworten. Jetzt ist sie wieder irre. Ich finde das so geil gemacht, ne? Der Name birgt die Lösung. Finde ich sehr cool, alles. Äh, Rätsel der Überzeugung. Ey, das ist sogar auf Reim. Das ist so cool. Das Leben ist ein Rätsel, ist in den Ausgang unbekannt, wenig Besitz. Bringt flinke Füße, macht flexibel und gewandt. Bringe, was ihr am meisten schätzt auf Erden. Ein schweres Schicksal euch erspart wird werden. Was? Sofort? Nimm den du platziert hast. Zielkristall. Ich hab ja einen noch bei. Ich hab ja einen bekommen als, äh, Belohnung. Ich hab ja noch einen als Belohnung bekommen. Ja, dann Abfahrt. Okay, hier geb ich den Zielkristall. Liefern. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest? Ja. Ja, klar. Nimm ruhig. Ich bin ein Gönner. Oh, jetzt kommt ihr bei sehr nah. Ja. Bestimmt krieg ich erst wieder ein Zielkristall zurück. Hä, ich wusste es. Letztes Rätsel, Leute. Kannst prinzipiell alles abgeben, wird dann verdoppelt. Kannst prinzipiell alles abgeben, wird dann verdoppelt. Ah, okay. Also ich krieg's einfach wieder, oder wie? Der wird gedubt? Oh, okay. Ja, letztes Rätsel. Es ist immer der erste, die wir fühlen, in unseren Breast, und immer der erste, die eclipsen die resten. Du wissen, ob die Seeker's Tokens, ich glaube. Aber wo war es, dass du dein erstes gefunden hast? Retrace deine Schritte. Wenn du sieben Tage, sagen wir, hast du zurückgebracht, solltest du? Jetzt muss ich dahin, wo ich die erste Sucher-Medaille gefunden hab. Kiste. Gefunden, gefunden, gefunden. Hey, hey. Ah, ich bin halt einfach ein Fuchs. Ein Fuchs bin ich. Ja, aber auch, wenn es die nicht ist, ist auch egal. Dann schaust du wieder weiter, bis wir sie zurück spüren. Finder-Medaillon. Ist es das? Normalerweise heißt es ja Sucher-Medaillon. Ein Medaillon mit unbekanntem Zweck gefunden an dem Ort, an dem du das erste Mal eine Sucher-Medaillon gehalten hast. Ja. Ist das Richtige? Leute, geil. Hallöchen, ich hab's gefunden. So, ja, ich hab's. Ja, ja, ich hab's. Die Animation ist echt cool. Gut gesucht und gut gefunden. Imagine, du hast das Game zwei Monate gespielt und musst die dann finden. Okay. Sehr schön. Oh, ich will mitfliegen. So, wo ist die jetzt? Ab nach Ruhestadt. Wie findet ihr das, dass ich in Ruhestadt keinen Zielstein hab, sondern jetzt nach Wernwod muss, um dann mir einen Karren zu nehmen? So, von Ruhestadt geht's jetzt weiter. Von Ruhestadt zur nächsten Location von der Sphinx. Ja, musst du dich gleich töten nach der letzten Aufgabe. Musst du auch noch zum Drachenschmied den Pfeil holen. Äh, dann mach ich das doch erstmal, oder? Dann hab ich zwar einen Reisestein weggeballert, aber egal. Oder ich benutze zweimal einen Orkkarren. Oder viermal. Gehen wir auf Magical Journey. Oder mach ich einfach... Ich mach einfach einen Reisestein. Für das Video. Ich hab jetzt keinen Bock noch tausendmal den, äh... Den Dingsbums zu nehmen. Ich hab da keinen Zielstein mehr! Also Leute, ihr braucht auch noch einen Todesfall vom Drachenschmied. Bitte keine Gegner. Bitte keine Gegner. Bitte, bitte, bitte keine Gegner. Bitte keine Gegner. Bitte, 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 bitte. Bitte! Bitte nicht den Karren kaputt machen. Bitte, bitte, bitte. Bitte nicht den Karren kaputt machen. Das ist ja, ich hab ihn getan. Er klatscht doch noch ab mit mir, der Sack. Ich kann wieder drei kaufen. Man kann immer wieder neue kaufen. Das resettet. So, Pfeil geholt. Jetzt muss ich nach... Genau, jetzt kann ich zur Swings. Junge, Junge, Junge. Das wird so schwierig, das alles zu kappen. Also, die Swings... Stopp. Die Swings ist... Hier links im Wasser. Das heißt, ich kann von hier aus hoch. Oder von hier aus links. Ich würde mal sagen, ich gehe von hier aus links durch. Komm, hier ist auch ein Weg lang. Also, hier gehen wir durch. Unter die Brücke durch. Ähm. Ah! Und dann da entlang. Gut. Okay, wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Also, für alle auf YouTube. Ihr könnt auch hier unten lang gehen. Das könnte eventuell kürzer sein. Obwohl, ich glaube, tatsächlich nichtmals. Also, von Ruhestadt hier ins Flussbett rein. Bam, 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 bam. Und hier runter gehen. Ganz wichtig. Zielstein jetzt hier hinballern. Ja, klar. Ja. Also, ich finde, das ist echt eine coole Aufgabe mit der Swings. Die ist auch richtig cool durchdesigned. Guck mal, wie gut die aussieht. Da sieht man, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Ach, nee, nicht mehr Bogen. Greifen und runterwerfen. Danke. Das war eine einfache Aufgabe. Einfach runterwerfen. So, was ist in der ersten Kiste? Ring der Ambition, natürlich. Nächste Aufgabe, komm. Ich bin heiß wie Frittenfest. Fett. Let's go. Wird ihr solch Verzweiflung überleben? Wir werden sehen. Dies hier ist eine Amphore, die für Sir Moritz in Barzal bestimmt ist. Bringt sie ihm, aber seit vorhin sie ist ziemlich zerbrechlich. Weil Schinderei wird mich gut unterhalten. Okay, hier links ist noch eine Truhe, die kann ich schon aufmachen. 100.000 Gold! Reisestein nach Barzal und dann den Dude hochheben und mit dem Reisestein wieder zurück. Okay, also der Plan ist, mit dem Reisestein nach Barzal, dort den Dude, dem ich normalerweise, also ist er normalerweise, müsste man das Ding also nehmen und den kompletten Weg hier runterbringen. Das ist eigentlich der Plan. Man soll das Ding nehmen und dann komplett hier runter, blam, bam, 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 mit den ganzen Gegnern und das hier hinbringen. Das ist eigentlich der Plan. Also Ripp an alle, die das gemacht haben. Ripp, 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 Ripp. Wir nehmen jetzt einen Reisestein Fliegen nach Batal Und schnappen uns den Kollegen Der, Mauritz Aber klar, der Sinn ist ja Die Sphinx zu überlisten und schlauer zu sein als die Und wenn sie sagt, ey bring das Ding da hin Dann machst du einfach das Gegenteil und sagst Nö, ich nehme den Typen hier Und bring den zu dir Und jetzt während ich den auf dem Arm habe, setze ich den Reisestein ein Guck doch mal nach rechts Da ist einfach die Sphinx Wieso guckt er nicht einmal nach rechts Das wäre witzig gewesen Wenn er sich voll erschrocken hätte Okay Guck mal wie cool die da liegt Ich fühle es übertrieben Wie cool die designt ist Well 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 The Amphora has been delivered intact I don't thought you had it in you Easy I'd hope to save your dismay You shall have your prize all the same Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei YouTube jetzt schon vernünftig rübergebracht habe Aber für die Leute auf YouTube Ihr braucht den Töterpfeil aus Batal Und gleich nach der letzten Aufgabe von ihr Muss man den ganz schnell ausrüsten und sie sofort abballern Ähm, um den Stein der Wiedererwirkung zu bekommen Für die, äh, wenn man die Trophäe haben will Jetzt nochmal so reingeschnitten Falls ich das nicht vorher schon tausendmal erwähnt habe So, nächste Aufgabe Hallöchen So vast is this world And full of life You are but one of many Ja Indeed In the grand scheme We are as distinct from one another as pebbles on a beach Yet we do so love to extoll our differences But all these differences so great If you believe so This next task should prove exceedingly simple I seek this man If men are so distinct I'm sure you'll find him Wer ist er? Lol, wer ist er denn? Den hat dir aber lang gezeigt Den hat dir aber lang gezeigt Eiersuche Den hat dir ja lang gezeigt Also wenn du den nicht sowieso schon mal irgendwo gesehen hast In deinem Playthrough Dann kannst du es vergessen den zu finden Du weißt ja gar nicht wo du anfangen sollst What the fuck Aber die 100.000 Gold jeden Durchlauf schmecken ne Kannst du nicht einfach die ersten 5 Rätsel machen Dann zu der neuen Location gehen Die dann abballern Und dann einfach die linke Truhe nehmen Und die mittlere Truhe Weiß nicht ob das Sinn macht Aber Jetzt so Im Ernsten Überlegen Wehe du machst Meteorit Dann flippe ich aus Wo bist du Sack Wehe du machst den Meteorit Ich muss ganz doll auf dich aufpassen Hör auf Wehe du machst Meteorit Wieso mache ich eigentlich keinen Schaden? Eigentlich mache ich eigentlich gar keinen Schaden Ich bin gerade raus Das ist so ne Faschissene Scheiße Ich sag das euch Oh man Das macht mich so wahnsinnig Das Game Aber auch nur Weil ich gerade auf der Mission bin Ich hab dafür keine Zeit Normalerweise würde ich hier übelst fighten Und so Und mir die Erfahrung abholen Aber Ich bin auf ne Mission Man Tausche noch aus Ja mache ich auch Du bist ja Du hast ja recht Ada Ich hab da nicht dran gedacht Man Na guck mal Was da alles kommt Und irgendwie mache ich keinen Schaden mehr Guck mal Bin ich kaputt oder so Ich mache keinen Schaden Wieso mache ich gar keinen Schaden Habe ich noch irgendeinen komischen Ring an oder so Ring des Spottes So hier ist der Da ist er doch oder Ist er das Okay Ist falsch Leute Die sehen einfach gleich aus Die sehen doch komplett identisch aus Achso es war richtig Okay Okay Geschafft Zoe Letzte Aufgabe Ich bin gespannt So Äh Wenn Zack 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 Ausrüsten schießen Das kriege ich hin Die ist ja direkt vor mir Das ist Das kriege ich hin Okay Hallöchen Letztes Letztes Was Was Ich soll für jede Richtige Antwort Eins Rennen Bringen sie neun Stück Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Neun Stück Hab ich gemacht Madame Wieso bist du denn so sauer Oh jetzt Wurde ich hier angreifen Scheiße Ich stehe richtig Ich hier im Gedrängel Also Wenn die Truhe aufgeht Dann irgendwann fliegt die weg Dann gehe ich sofort auf Start Nimm den Pfeil Und baller die ab So Antworten Letzte Sache Neun Stück Hab ich richtig gemacht Ja Ich hab richtig gezählt Bin ja nicht blöd Ich hoffe du kannst richtig zählen Quite a number Okay Die hat so einen Ring um Äh Einen Schlüssel um den Hals Ja behalt den Überblick Na klar Kein Problem Volle Punktzahl Nice Stopp Stopp Nusser Spiel zu Ende So amüsant es auch gewesen sein mag Nun werde ich mich von euch verabschieden Auf den nächsten Mutigen warten Der sein Verschein mit seinem Wissen Mein Wissen will Stopp Jetzt nehme ich den Pfeil Und baller sofort los Ja Hab ich getroffen Das geht Ich wusste dass ich nicht treffe Ich wusste ja dass ich nicht treffe Ich bin ja nicht dumm Ich wusste ja dass ich nicht treffe Deswegen hab ich ja das hier gemacht So Ah ist kein Problem Ist kein Problem Machen wir nochmal Bam 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 Das ist doch reine Schikane Diese Frage am Ende So Okay Dreiundsiebzigtausend Das schneide ich zu eine Milliarde Prozent So dass ich es beim ersten Mal geschafft hab Was kript's hier 2000 2000 Weisheitsschlüssel So jetzt erstmal die Kiste hier noch aufmachen Was darin Verhäng Ihr wollt mich komplett verarschen Ihr wollt mich komplett verarschen Das war locker eine Stunde Umweg oder so So Ewiger Lazarusstein Das war das Swing's Ding Leute lasst ein Follow und ein Like da Ich schneide jetzt drei Stunden für euch Haut rein Also